So liebe Leute, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate. Dann haben wir es ja doch noch geschafft in der letzten Folge die Kiste und die Dokumente zu holen, denn Wachen, die natürlich da not amused waren und uns da böse verfolgt haben mit den Kutschen zu entkommen hinzukriegen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter hier bei Assassin's Creed Syndicate. Wir wollen schauen, was es jetzt als nächstes so erwartet. Dauert wieder einen kleinen Moment? Wir haben den Zug etwas aufgemöbelt. Neuer Lack, neue Teppiche aus Kemptenlock und meine Schwester, die Näherin, hat uns die Vorhänge billiger gemacht. Ja. So. Ich bin mal gespannt, was denn jetzt mit welcher Mission es jetzt weitergeht. So, gerade mal gucken, ob wir hier noch Fähigkeitspunkte haben. Ja, wir haben. Sechs Stück haben wir insgesamt. Die kaufen wir. Und Level 3, auch für Ibi. Gut, jetzt fangen wir an unsere Schwierigkeiten, die aber die Gegner halt Level 3 waren, ne? So, unaufhaltsam. Schlösser knacken. Das machen wir auch noch schnell das Adlerauge ein bisschen aufbauen. So. Wunderbar, wunderbar. Ach, wir haben ja noch ein bisschen was, ne? Äh, Inventar. Jetzt kann ich hier doch mal welche Waffen aufbauen mal. Jupp. Jupp. Ja, verbessern wir den mal. Den Stockdolch, den brauchen wir natürlich. So. Ausrüsten, upgrade. Na gut, wir haben den momentan, ne? Maja, Stockdolch, den nehmen wir mal hoch. Aber den brauchen wir, können wir jetzt dann tragen, weil wir 4 sind. Das dauert natürlich noch einen Moment. Oh. Nehmen wir das mit, verbessern und ausrüsten. Den Handschuh. Die Schusswaffen vor allen Dingen. Ja, die brauchen wir noch. Scheiße, ich hab nicht vergessen, dass wir die noch mitnehmen müssen. Oh mein Gott. Warte mal. Dann nehmen wir aber erstmal die hier mit. Ein Jägermantel. Ein bisschen mehr Schutz bieten. So, okay. Dann haben wir das auch erstmal. So, dann gucken wir mal, was war bei Jacob. Können wir jetzt halt die gewechselt werden, okay. Dann machen wir mal mit der nächsten Mission weiter. Und die heißt... Spielen nach Gehör. Wir haben keinen Idensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eben-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. So. Na gut. Die Jack. Das Skulptur finden. Kann ich nicht irgendwie nochmal was für Fähigkeit. Okay, die kann ich gar nicht so machen. Wir müssen Level 4 hätten wo. Ja. Wissen Sie was? Ich glaube, diese Karte führt uns vielleicht zum Kenway-Anwesen. Henry? Der Pirat? Meister, Assassine und Pirat. Genau. Könnt ihr euch bitte nicht unbedingt... Was genau wissen Sie über dieses Grabtuch? Es soll die Kranken heilen. Ein Mythos besagt sogar, dass es Tote wiederbeleben kann. Doch die Schriften der Assassinen widersprechen dem. Aber ich habe noch nie von einem in London gehört. Halten Sie es für möglich, dass Edward Kenway eins gefunden hat? Er ist sehr weit herumgekommen. Möglich wäre es. Doch wenn dem so war, hat er das Geheimnis wohlbehütet. Doch wenn es wahr ist. Was für eine Entdeckung wäre das? In der Tat, ich kann kaum erwarten, es zu finden. Gut so. Es verrascht mich, dass Sie noch nicht im Kenway-Anwesen gesucht haben. Etwas so ein Hazen klagt den Templern beiden. Als er starb, vielen Haus- und Erbern-Hazen-Schwestern. Und in Ihrer ganzen Zeit in London haben Sie sich doch nicht umgesucht. Wachen Sie denn überhaupt nicht neugierig? Ich muss jetzt gerade ein bisschen an, aber hier ist es querverkehrs. Irgendwas zu finden. Wir wissen nicht einmal, wie oft das Gebäude den Besitzer wechselte. Oh, ernsthaft? Das A-TMS vollständig leergeräumt hat. Ja, dann fahr doch. Mein Gott. Oder Reiter, wie auch immer. Aber wenn du Thorne denkst, das Tuch könnte noch dort sein. Dann gehen wir weg. Dann haben die Templer ist noch nicht gefunden. Also besassen die Templer ein Haus mit Assassinen, schätzen darin? Und haben sie nie gefunden? Wir sind wohl besser im Verstecken von Dingen als die. Okay, hier sind einige Feinde. Was ist es? Ich glaube, Sie haben recht. Dort. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten von dem Notizbuch. Das macht die Sache schon schwieriger. Wollen Sie trotzdem hinein? Wenn das eine Templer-Festung ist, dann wird es immer schwierig bleiben. Aber keine Sorge. Wir halten uns schön fern von Miss Lucy. Sollen wir? Können Sie dort mal nachschauen? Natürlich. Alle Andenken von Kenway finden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also müssen wir da jetzt irgendwie hoch durch. Okay, sind alles der Vierer, ne? Gut, klar. Kann ich da... Ne, ich kann da nicht rum. Ich müsste da nur noch mal auf die Dings gehen. Ich mache doch gar nichts. So, jetzt machen wir die Jungs mit. Fangen wir mal an, ne? Sehr richtig. Der ist drin, ne? Ja. Ja, super. Das ist natürlich... Gut, dass der... Okay. Ich stelle natürlich alles mit, was hier irgendwie rum... kreucht und fleucht. Da ist noch was. Ja, Schlösser knackten zwei. Die habe ich hier nicht mit Evie. Die habe ich mit... Moin. Die habe ich nur mit... Na, super. Ich muss natürlich jetzt... Gerade ein bisschen den Gegner hier mal checken. Das ist natürlich super, dass ich den jetzt natürlich angelockt habe. Aber wir sind dran. So, passt, passt, passt. Alles gut, den habe ich down. Okay. Okay. Dann halte ich mir noch weg, den Turm. Dich krieg ich schon mal noch runter. Gute Nacht. Da hast du mich natürlich gesehen, das ist das Problem. Aber wir haben es hingekriegt. So. Also, Gegner haben wir gefühlt noch zwei. Dann haben wir nämlich sogar Ruhe. Also, natürlich, so viele Wachen sind es nicht. Keine Sorge, ich mach erstmal das, was ich am besten kann, nämlich. Gegner ausschalten. Da unten. Scheiße. Scheiße. Da sind noch mehr Gegner. Da sind wir super, das ist jetzt alle. Oh, Level 5. Da muss ich mal da weg. Ach, Alter. Herzlich willkommen, wir filmen schon. Wo ist denn der Typ? Der ist natürlich jetzt wieder hier runter, ne? Irgendwo. Da ist der. Die Frage ist, ob ich den... Scheinbar ist das nur der eine noch, aber... Was ist der denn hin? Zwei, äh, und Kreis. Ouches. Der ist reingegangen, ne? Ah, den krieg ich noch da raus, keine Sorge. Hey, den krieg ich da schon noch raus. Wo ist der denn jetzt hin? Da ist der. Das Schiff ist da hinten, okay. Ich überlele mich die Fähigkeit dafür. Es wird immer mehr Gegner jetzt gerade. Kann ich nicht hier irgendwie hoch oder so? Warte mal. Ich nehme jetzt mal das erste hier mit. Das Schiff. So, nehmen wir mal das Ding hier mit. Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Ach Gott, ernsthaft. Ohne falsche Note. Ich kann doch gar nicht spielen. Etwas, das nur wir sehen. Gut, das Klavier ist jetzt gerade eher uninteressant. Also ein paar Gegner sind hier noch. Also das, klar. Ist das hier was irgendwas Interessantes? D, A, D, E, F, D. Moment. Ach, ich... D, A, D, E, F, D. D, A, D, E, F, D. Nicht sonderlich subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgepräckten Sinn für Spektakel. Das habe ich nämlich sehr spät gesehen erst, dass dieses, dass das Rätsel an der Wand steht. Die Lösung zumindest. So, dann gehen wir mal hier Kenways Schatz finden. Ich habe hier unten eine Kiste, die ich mitnehme. Haben oder nicht haben, ne? Hier müssen wir auch irgendwas untersuchen. So. Das war natürlich super, dass wir da jetzt... Dass du da jetzt nicht hochkommst, mein Fluchtweg finden. Da. So, jetzt ist wir da irgendwie raus, Sieger. Kommt vom Kennen. Eine letzte Schatzkammer, geführt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Wir müssen sich später zurückarrobern oder ein besseres Versteck finden. Wir? Wollten Sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Ich... Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder. Aber ich bin gerne bei der Planung behilflich. Vom Zug aus. Jakob ist auf Streifzug. Die Stelle ist also frei? So. Spieltag gehört abgeschlossen. Ja, wir haben auch nicht alle Andenken. Schade. Das kliviert jetzt ja in der falschen Not. Denn wir haben es nicht geschafft, das, was wir wollten. Aber wir haben die Aufgabe gelöst. Und den nächsten Teil machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, ich bin gerade. So.